Hier haben wir den zweiten Honigraum der schon länger drin ist. Man sieht dass die hier relativ aktiv sind und hier halt eben noch gar nichts. Der Honig ist schon verdeckelt das kann man schon sehen und ich werde jetzt die Kiste wenn ich es wieder drauf stelle um 180 Grad drehen, dass sie halt eben sich anfangen mit dieser Seite zu beschäftigen und ich bin gespannt also das sieht auf dieser Seite schon wirklich sehr sehr gut aus sind halt eben schon dabei das zu verdeckeln und die Abstände hier sind relativ groß das heißt also der dieser Hoffmann Space der B-Space wird hier nicht eingehalten deswegen bauen sie das auch zu aber das ist okay für mich weil ich ziehe die ja nicht raus zum gucken das war jetzt eben mal eben dass ich einfach mal sehen kann was der Stund ist und ich lasse sie einfach in Ruhe und ich sehe ja dass es quasi zu ist verdeckelt und genau muss da jetzt keine Aufregung halt eben machen